Hallöchen Leute, Willkommen zu einer neuen Adventure App, The Jumper 1. So, ich habe ein neues Resource Pack reingemacht. Mal gucken, wie das läuft. So, Set Spawn. Spawn gesetzt. So, dann jumpen wir einfach mal. Easy Game. Oh, guckt euch das mal an, wie ich hier durchgehe, wie ich rocke. Ich bin der mega geile Fingab, Fingab. Nicht. Mal gucken, ob das Pony gesetzt wurde. Tatsächlich, das funktioniert. Und wir stehen gleich nochmal. Mein Beleid. Naja, momentan ist so, ich habe ein bisschen Bock auf ein bisschen Adventure Maps und, ja, ich weiß, es ist ein bisschen viel Minecraft jetzt gerade, wenn man so, ähm, sich das jetzt ein bisschen anschaut. Aber, hey, I don't care, ich habe Bock auf Adventure Maps ein bisschen und wer mitmachen will, muss einfach nur Bescheid sagen. Absolut kein Problem. So. Hallelah. Ach ja, äh, Resource Pack ist, äh, Spanix Craft. Äh, was auch immer das ist. Ich habe das nur gerade so gesehen, als ich das habe. Und dann, äh, habe ich das gleich benutzt. Ah. Okay. Auf geht's. Mal gucken, wie lange diese Map ist. Ich weiß nur, es gibt hier, ähm, drei Teile. Und mal gucken, wie lange ich Bock habe, dann spielen wir die alle auch. Und sonst würden Adventure Maps, ähm, alle zwei Tage eine Folge kommen. Ich glaube, 15 oder 14 Uhr war das geregelt bei mir. Egal, guckt in meinen Uploadplan, ist unten verlinkt. Vor allem, das ist die erste, kann man verkacken schon direkt. Ach, come on, sind wir echt so kacke. Bisschen richtig scheiße. So. Dankeschön. Ach, come on, warum schaffe ich den Sprung dann nicht? Wieso bin ich so doof? Ah. Weil ich mich am Anfang gedacht habe, wie ich hier durchslide. Ja, und jetzt verkacken wir ständig bei der Leiter hier. Also, geschweige, jetzt haben wir es raus. Muss ich woanders hin? Nein, ich muss da hin. Woanders kann nicht so schwer sein. Wir haben es geschafft. So, jetzt kommt es von... Ah. So. Das war doch... Spawn-Setten, ganz wichtig. So. Oh Gott. Leiter. Ah. Nein. Gott. Das war nicht so... So. Ach, fuck. Wieder hoch. Oh Gott. Spiel ich eigentlich auf Peaceful? Ja. Ich hoffe, zu brennen. Nein. Ich muss natürlich zu Tode brennen. Aha. Easy game. Wie weit geht denn das eigentlich? Dann kommen hier Zäune und dann haben wir es. Okay. Okay. So. Jetzt schaffen wir das. Warum heile ich mich eigentlich nicht? Oh, Konzentration. Jawohl. und checkpoint nice Und was bringt mir das alles, wenn wir uns eh nicht heilen? Das macht alles gar keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, es wird Absicht, dass wir uns nicht heilen, ich weiß es nicht. Okay, fahr mal ein bisschen mit der Minecraft-Bahn. Mal mal ein Screenshot hier machen. Rein und auf geht's. Jawohl! Okay, fahr jetzt in den Diamantkasten rein. Stopp, da war was. Nein, ich bin ausgestiegen. Hallo, komm zurück. Scheiße. Komm, wir können die Sponsor hätten, okay. Da war aber eine Kiste. Ich würde gerne wissen, was da war. Jo, wir fallen aus der Welt. Easy going. Oh, warte, ich muss das bauen setzen. Oh, gibt's nicht. Okay. Aber ja. Ah, runtergefallen. Ach, das ist Seelensand. Seelensand ist natürlich eklig. So. ach fuck voll schwer darauf zu landen da ist gerade angeschrieben eine gruppe verlassen okay informative nachrichten oh man wie kann man bloß so naja ich muss dringend üben mit der zeit weil wir sind doch früher dass wir 100 folgen der fans aufgenommen hatten und jetzt keine ahnung jetzt machen wir alles andere du kannst aber man muss ja üben um besser zu werden ja 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 Nee, so ein einfacher Sprung bringt da auch nichts. Oh, okay, wir haben es geschafft. Ich habe nur nicht verkacken, Niklas. Nein, oh come on. Meine Nase jubb gerade. Oh, wieder geschafft. Nice. Okay, wir haben noch ein halbes Herz. Ich bring mich einmal kurz um, nicht, dass wir keine Ahnung wo... enden, aber nachher am Ziel sterben und dann nochmal das Trotzen machen müssen. Ach come on. Die Schweiße sieht einfach aus. Aber für mich ist das nicht so einfach. Ah. Ah. Wieso... Wieso schaffe ich den Sprung dann nicht? So schwer ist er doch bestimmt nicht. Oh, come on. Maybe next time. Jetzt bin ich über die Glasscheibe geslidet. Und jetzt bin ich über die Glasscheibe eingeladen. Whoever hemet vernet. So war das. Und jetzt bin ich über die Glasscheibe. Und jetzt bin ich über die Glasscheibe. Aber jetzt bin ich hier jetzt schon auch charakter genug. oh man ich bin echt zu kacke gerade für diese paar räume wir sind noch ganz am anfang wahrscheinlich und diese web ist ein dreiteiler man sagt das ist der jumper 1 und dann kommen jumper 2 und 3 auch noch wir sind so nicht aufregen das wird schon so mit einem herz und selber umbringen war die devise oh come on ich werde diesen sprung niemals schaffen no Ich springe aber auch drüber. Normale Sprünge sind halt zu wenig. So ein Mittelsprung. Kann man sowas nennen? Ich muss sprinten, aber darf nicht so weit sprinten? Ich weiß auch nicht, wie ich das nennen soll. Wenn ich durchheize, zu weit. Wenn ich nur einen Sprung schaffe ich nicht. Superhero! Nein! Ich war da drauf! Verderdorf 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 Ja, komm, ich bring mich wieder um. Ja, mein Herz. Bam! Verderdorf 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 Jawohl! Jo! Spawn ist gesetzt! Die kartonartig das aussieht! er geht auf meine augen bei kaputt ich muss da wo die fackeln sind ja ok ich habe verstanden gibt es keinen weg nach oben ach da können von hier aus so rüber springen ok jawohl das war ja easy oh gott da gibt es hier kein set spawn hier gibt es nur ein go aber kein set spawn oh gott deswegen ist das auch so einfach es gehört zusammen ist das gewollt dass man sich hier nicht heilt sonst würde ich mir ein paar gole äpfel geben ich kann mir nicht vorstellen dass das mit absicht ist hier geht das kreative so ne Ja, sonst halten wir sich halt nicht, ne? Was soll ich machen? Läuft! Vorhin kommt einfach so ein Pimmel da raus. Von dem Pimmel muss ich da hinspringen, dann dürfte es klappen, hoffentlich. Neues, das schaffen wir, Leute, das schaffen wir, da sehe ich uns. Ah, aber das sah gut aus, sah gut aussehen, ist ein Anfang. Ja gut, da müsste ich irgendwie kurz Geduld haben. Okay.